EM 2024 Portugal. Cristiano Ronaldo setzt neuen Rekord. Lissabon, Portugal. Die Europameisterschaft 2024 ist bereits in vollem Gange und Portugal zählt zu den Favoriten des Turniers. Ein Hauptgrund dafür ist ihre lebende Legende, der unermüdliche Cristiano Ronaldo. Seine beeindruckende Vita umfasst fünf Champions League Titel, sieben nationale Meistertitel in England, Spanien und Italien sowie zahlreiche nationale Pokalsiege. Auch international hat der Portugiese zahlreiche Rekorde aufgestellt. Er wurde bereits fünfmal mit dem Ballon d'Or als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet. Bei der EM 2022 erreichte er bereits historische Meilensteine wie die meisten Tore bei Europameisterschaften und die meisten Turniertore. Auch bei der aktuellen Europameisterschaft scheint er Rekorde aufzustellen. Trotz seines Alters von mittlerweile 39 Jahren zeigt er keine Anzeichen dafür, in naher Zukunft in den Ruhestand zu treten. Mit jedem Spiel scheint er weitere Rekorde in den internationalen Fußballgeschichtsbüchern zu brechen. Den neuesten Meilenstein erreichte er mit einem Hattrick gegen Island. Seine phänomenale Fitness und sein beispielloser Ehrgeiz sind entscheidend für seinen Erfolg. Ich fühle mich so gut wie nie zuvor und bin bereit, meinem Land weiter zu helfen, sagte Ronaldo in einem Interview nach dem Spiel. Die Europameisterschaft bedeutet mir sehr viel und ich möchte meinem Team zum Titel verhelfen. Die Stadien sind voll, wenn Ronaldo spielt und seine Trikots verkaufen sich weltweit in großen Mengen. Seine Beliebtheit und sein Beitrag zum Fußball sind unbestreitbar und machen ihn zu einer Sportikone. Mit Portugal im Rennen um den EM-Titel 2T24 bleibt abzuwarten, was Ronaldo und sein Team noch erreichen können. Das Viertelfinale steht kurz bevor und viele Experten sind sich einig, dass dies noch lange nicht das Ende von Ronaldos glänzender Karriere sein wird. In einer Zeit, in der junge Talente wie Kylian Mbappé und Erling Haaland auf der internationalen Bühne glänzen, bleibt Cristiano Ronaldo ein leuchtendes Vorbild und zeigt der Welt weiterhin, dass Alter nichts anderes als eine Zahl ist. Während die EM 2T24 fortschreitet, bleibt die Frage, welche weiteren Meilensteine er noch aufstellen wird. Autor Anita Farke. Mittwoch 19. Juni 2T24.